gut wir machen es nicht wenn jemand mit einem redet ok ich schaue da kommt jemand ich werde um ein Gespräch gefordert und muss sie nicht ablenken mein Bett ist verbrochen was willst du mir tun? ich will dich zu fixen nicht mein Problem, geh zu schlafen du geh zu schlafen ja, Herr, ich werde nur eine Lippe nehmen da kommt eine Wache abbrechen abbrechen, abbrechen, nicht sofort schnell ja, ja, alles gut von links kommt eine Wache was für ein Problem damit, wenn mich jemand pisst nur rumstehen so, du kannst wieder der ist weg der von rechts kommt nicht gut, gib mir früh genug Bescheid jetzt er kommt ich würde langsam abbrechen alles gut da kommt er wir stehen hier nur rum nicht wetter machen, der kommt gleich wieder zurück ich weiß ich positioniere mich nur schon mal nicht machen, nicht machen, da kommt er noch weg ich weiß das sehe ich das sehe ich aufgewärt Hey, Guard was willst du? was sah du? nichts du bist sicher? ja, geh zurück zum Bett geh zu schlafen ich bin auf mein Weg ich bin auf mein Weg wir müssen unsere Hand auf erstmal nur du kannst ich glaube du kannst noch ja nee ich kenne nichts nee der kommt da nicht, der ist gerade noch der braucht noch eine Weile guck öfter hin und her ja, aber der rechte kommt jetzt ja, den kannst du ablenken, kurz ich weiß es nicht kannst du immer ablenken reicht egal, was willst du? Elio ja, ich bin fertig und die Wache ist nicht mehr gut, ich bin fertig und die Wache ist nicht mehr 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 aufgelöst aufgelöst schön spontane Auflösung weg ganz nicht von einer spontane Verpuffung ja da raus hier raus aus diesem Drecksloch hier bleibt hier keine Sekunde länger und durch hier wollen wir das Klo nicht zurückschieben, sonst merken die sofort, das war tut ja doch ja ist ja schon also tun wir doch das merken sie sowieso, dass die 10 Jahre sind, aber da haben wir noch eine Sekunde länger so hoch vor allem wie beschiss ist eigentlich dieses Gefängnis gebaut, dass du sowas hier hinter Zellen hast ja also entschuldigung, das hier ist 2 Meter hinter meiner Zelle das sind riesige Luftschächte kannst du locker lang klettern das ist ja kein Problem mit langslaufen drin gründen deswegen kommen wir jetzt hier raus äh gar nicht, wir verhungern jetzt hier aber wir sind nicht mehr in den Zellen ja, immerhin vor allem, ich glaub du hast den Meißel du kannst da glaub ich was machen ne du hast den Meißel hab ich dir zuletzt gegeben du müsstest ihn jetzt haben hier ist ne Tür, komm mal, vielleicht kannst du hier an der Tür ich war da schon an der Tür, ich weiß es nicht wie das geht also wenn's Edna bricht aus wäre, würde ich sagen durch die Leo, ich brauche dich hier drüben ich brauche dich hier drüben äh, wo drüben ah, hier drüben ja, da drüben auf diesen sehr die man gar nicht alleine abbrechen kann ja, auf diesen sehr nützlich platzierten nicht durch, nicht genutzten Rohren das Rohr, das du bestimmt nicht alleine jetzt durchbrechen können so ein Rohr hält einiges aus aber das hier geh durch geh durch geh durch das war zu früh ich weiß komm ein bisschen ein bisschen muss sein ich wollte eigentlich, dass es dir die Beine abpackt, aber und diesmal hole ich das komm her und hilf mir kann ich dich damit verrühren? nein, kannst du nicht können wir nicht hier mal nein, du musst das hier stoppen ach, schade wäre ein Versuch wert gewesen hey, ich kann nicht alle Freude komm durch da lass es gehen danke ja, es muss mal sein krache so verdammt 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 irgendwann müssen wir uns hier durchfassen oder sonst ich mein ja, ist auch es ist überhaupt nicht so, dass man das vielleicht hört oder so oder dass man merkt, dass der Ventilator hier angehalten wird und irgendwas jetzt komm jetzt komm äh komm äh halt, 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 halt so lange wie möglich ich halte so lange wie möglich ich halte so lange wie möglich so lange wie möglich ich halte so lange wie möglich ich halte so lange wie möglich ich halte nicht, du musst den Fan zu stoppen äh ja, cool ja, cool dass geht nicht okay, ich glaube das geht nicht nö okay, ich glaube, ob ich einen Weg finden den Fan abzuschalten ja, ich kann hier rüber ah, hier ist ein Sicherungskasten ich kann Stecker ziehen Hey, schluss. Komm her. Ich habe einfach das Stromkabel gezogen, das ist ja einfach... Es fängt alles überhaupt nicht auf... Es sieht wahrscheinlich im ganzen Knast Strom aus... Ja... So funktionieren ja Gefängnisse... Man hat ein Kabel... Oh, jetzt wird's kuschelig... Ja... Wir brauchen etwas, um da unten zu kommen... Jetzt wird's sexy... Pass auf... Wie gesagt, ich kenne das hier nicht, ich weiß nicht was kommt... Ich kenne die eine Szene noch, dieses da... Ja, ich nicht... Es wird mega sexy... Ich kenne duschen und viel gewinnt... Es wird mega sexy... Schau das an... Was denkst du? Ich denke Schieße... Okay... Lass mich es hören... Okay... Wir müssen einen Weg finden in diese Regel... Wird später sexy... Wird später sexy... Du hast also keinen Plan... Du hast also keinen Plan... Du hast also keinen Plan... Okay... Hey... Hey... Hey Mann... Ich konzentriere mich hier... Was willst du? Okay... Ich werde dich dann nicht beschäftigen... Na... Na... Wo ist der Wäscher... Na... So... Äh... Hier ist der Wäscher... Ja... Hey... Ich hab hier ein bisschen Wäscher... Achso... Ja... Ja... Ich denke so... Ich denke so... Mann... So... Wie würdest du das machen... Das... Was... Ich bin hier... Ich bin hier... Und das... Ja... Ich bin hier... Fauch... W influencers... Ich bin hier... Oh... 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 Hey, kann ich mir helfen? Nein, aber ich wünsche, du könntest. Ja, 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 okay. Kein Wäschwagen kann ich noch nicht nehmen. Ja, du siehst wirklich gut an, was du machst. Ja, ich bin ein sehr guter Kliniker. Ich liebe Wäsch. Wäsch führt zu Wäschungen, Wäsch führt zu Krankheiten und Krankheiten führt zu Krankheiten. Okay, ich glaube, der hat eine kleine Makio. Okay, ich lasse es dir. Okay, danke. Nein. Hey. Hey. Ich brauche eine Lädenkarte. Oh, kann ich deine Nummer haben, bitte? Was brauchst du das für? Ja, es sind Regeln und Regeln. Es ist nichts, was ich tun kann. Es ist nur ein Karte, Mann. Ich brauche deinen Namen und ein Nummer. Bist du sicher, dass ich nicht auf der Liste bin? Was ist dein Name wieder? Leo. Äh... Schau dir in die Karte. Es ist nicht hier. Geh weg, du Idiot! Ich bin ein Wäschwagen. Ich bin ein Wäschwagen. Ich bin ein Wäschwagen. Hier. Hier zum Beispiel. Mach mal auf die Kiste. Mach mal selbst. Ja? Mach Platz. Wir brauchen ein bisschen mehr als zwei, drei. Okay, wir haben jetzt viele Schäden, die in die Schäden zu schämen. müssen aber auch echt vollidioten sein hier in dem knast wie viele wollen wir machen wer ist mit alle ich glaube die wir spawnen ich meine brauchen wir nehmen alle aber wir brauchen schon eine menge um das um so menschen zu verstecken ist schon packen einfach die vom ganzen knast da rein ich weiß nicht doch das war ich dann gerade so ich kann nicht in hier die Leute sehen ich pack hier lachen rein ich weiß nicht was du tust aber ich mache meine ganz meinen ganz normalen knastjob das wird aber nicht voller und mehr platz frag mich ob es in der tiefwand gibt wenn tausend laken da rein hat oder so bestimmt nicht ich meine es gab 1 für 20 sit ups oder push ups sicher also ja natürlich das hast du gekriegt habe ich nicht gesehen für mich ja ich weiß für mich okay ich glaube wir haben genug noch eins mehr dann schieb das mal dahinter da ist kein einziger laken drin nein nicht einer es ist wirklich nur ein auf den rest hat sich drauf gesetzt ich kann verlassen wenn ich ihn verlassen das muss die weite ganz scheiß doch wir müssen die ganze scheiß noch mal neu machen wir müssen nochmal lachen rein tun wir müssen einladen einladen wird reichen glaub ich Alles klar! Alles klar. Alles klar. Mach jetzt das nicht, was du dir hier bist. Alles klar. Alles klar. Okay, du hast da zwei Nacken drin. Komm damit zurecht. Natürlich. Und keine anderen Bewegungen. Da sind wirklich diesmal zwei Nacken drin. Ja, ja. Hä, ist das andere mit der Hand hoch? Ja, ja. Hier ist ein Haku drin. So dumm. Na, schau, ob's auffällt. Okay, wir sehen was wir hier haben. Okay, sieht gut. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Der Polizist hat reingeguckt und hat gesehen, da liegt... Da liegt wahrscheinlich ein Mensch mit einem Laken im Kopf drin. Da hält das zweite Hand hoch. Ja, könntest du mal gucken, wo wir sind? Mit dem Wagen? Ja, der Polizist schiebt dich gerade durch. Ähm, der... Ja, cool. Ich verstecke mich weiter. Ich zieh's mir weiter über die Augen. Ähm... Ich kann hier nicht durch. Woah, 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 woah. Was machst du in mir? Geh weg von da. Geh auf! Nein. Na, guck... Dann guck zu. Durch Fenster. Ich glaub, der hat dich schon rausgebracht. Ah, da. Er stellt dich verdammt. Ich bin schon in Freiheit. What the fuck? Nein, nehm die... Der Polizist. Ja, cool. What the fuck? Warum hat der dich nicht gesehen? Ich weiß nicht. Ich nehm... Ich nehm mir das eine Laken. Das eine Laken. Das eine Laken. Und wie komm ich jetzt hier raus? Wie kannst du dir Wache dir das Laken über den Kopf stülpen? Keine Ahnung. Was wollte ich hier drin nochmal mit dem Laken machen? Keine Ahnung. Na ja, ich brauch erst Hilfe. Kannst du die Laken auf den Boden legen? Ich brauch Leo in hier, um mir zu helfen. Kann ich mich irgendwie verstecken, oder? Kann ich mich irgendwie verstecken, oder? Kann ich hier irgendwas? Kann ich mir noch einen Wachstabang holen? Kann mir noch einen Wachstabang holen? Kann mir einen Laken über den Kopf ziehen, um versuchen, da raus zu gehen. Vielleicht hilft das. Scheiße. Ich kann nicht die Tür öffnen, während die Garten da sind. Du musst die Wache ablenken. Ich hab ne Idee, aber ich weiß nicht wie. Ich hab ne Idee, aber ich weiß nicht wie. Provozieren, da stand doch grad was. Ja genau, der ist wütend. Ich wollte ihm das Ding nur mit dem Schädel ziehen. Was ist das? Ich hab nichts getan. Wieso hast du das gemacht, Mann? Hey, Jackass. Du hast mich einfach in die Hände. Wieso denkst du, du bist, Mann? Mein ist dein eigenes Geschäft, okay? Du willst dich auf einen verdammten Schädel? Ich hab dich abgelenkt. Ist er? Ja, die kloppen sich jetzt miteinander. Breche es ab, Leute. Stopp! Enough! Okay, jetzt komm ich hier durch. Ich mach das wieder. Ich mach dich beide in solitär. Entstanden? Geh weg! Komm jetzt! Geh weg von uns! Stopp! Ich hab einen Laken. Oh, ich kann einen Laken nehmen. Ja, Mensch. Das zweite Laken, was drin war. Ja, komm, kommst du hier rüber? Ja. Was machen wir jetzt? Du gehst hier rauf. Hier. Ich hab einen Laken für dich. Ja, du musst Leertaste drücken, so wie es da steht. Warte. Warte, kann ich mir einen Laken mitnehmen? Das musst du doch sogar! Okay. Sag mal, kannst du, dass du wirklich nie in Spielen aufpasst? Dann halt ohne Laken. Hm. Evis? Gib mir ein paar Laken. All das. Oh, jetzt. Gib mir alle Laken. Wir haben alle zwei. Ich brauch mehr Laken. Nein. Drei reichen. Pass auf, was wir dann gleich damit machen. Und denk dran, wir haben drei Laken. Wir verkleiden uns als Geister und gehen durch die Wand raus. Wir halten im Kopf, dass wir drei Laken haben. Wir haben drei Laken. Wir haben drei. Eins für dich, eins für mich und eins für uns beide. Dann guck mal, was wir damit machen. Oh mein Gott, das ist halt alles so unglaublich dämlich. Drei Laken. Es sind drei Laken, die reichen für einen Meter. Wir können jetzt an die drei Laken nach unten. Wir zählen mal nach, wie viele das sind. Äh, du bist gerade dran. Ja. Du kannst jetzt auch. Das ist schon mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fake News. Sechs, die in den Boden ragen. Wir haben sie so kräftig zusammen gebunden, dass sie in den Boden, im Boden stecken. Aber wir hatten drei. Vielleicht waren es zwei in eins. Das waren zwei in eins. Das waren zwei in eins. Das waren zwei Laken in einem. Cool, ich kann hier durchgucken. Ich kann hier den Vorratsschrank plündern. Äh, wirklich können wir? Nö, ich glaube nicht, aber wir können angucken. Moment, ist das hier das Lager? Ich kletter wieder hoch. Ist das, Moment, ist das hier das Lager oder ist das hier der geheime Pausendraum vom Hausmeister? Ich sehe nämlich eine Flasche Wein und eine Radio. Die Runkelkammer. Ich gehe wieder zurück. Ja, wir müssen hier hin übrigens. Ich gehe wieder zurück. Wir müssen hier hin. Ich bin gerade wieder hochgeklettert. Was? Ja. Warum ist hier einfach in einer Wand neben einem Zementmischer ein Pausenraum von offensichtlich dem Hausmeister? Mit einer Flasche Wein. Was ist dieses Spiel? Das ist super unlogisch alles. Ich meine, es ist lustig, aber komm. Das ist logischer. Naja, es tut zumindest nicht so, als wär's seriös. Na ja, also, das Edna bricht aus. Ich sag nur, Generalschlüssel. Wir brauchen eine Lichter. Ja, f*** es. Ich gehe erst. Nein! Bist du okay? Ja. Ich bin in die Kacke gesprungen. Nein, du. Ich bin in die Kacke gesprungen. Wir brauchen Licht. Wir haben Licht hier. Ich wollte nur mal sagen, Edna bricht aus. Edna bricht aus. Es gibt diese eine Szene. Die kommen in den Aufenthaltsraum, in diesen Malerraum, wo die Blutstifte liegen und so weiter. Und da hängt ein Generalschlüssel an einer Halterung. Edna bricht aus. Wie in der Hölle hast du da endet? Ich habe nur ein bisschen zu der Seite gesprungen. Was? Es war alles kalt. Okay, ich habe hier was zum... Smartass, hm? Ich bin gespannt, dass du denkst, die Einzelzellen auf eine dunkle Schmerzen gefunden hast. Hey, das Wasser ist getrennt. Schau, ob du eine Öffnung findest. Der Wasser-Tank bestätigt, bestätigt. Und wo bist du gerade? Ich bin oben. Ich bin unten. Ja. Oh Gott, verdammt. Ich bin der Scheiße dran. Ich bin gerade durch die Scheiße. Nein, ich habe nur gesagt, die Fakten. Du wirst in der actualen Scheiße warten. Fakten Sie, Mann. Ich warte durch die Scheiße. Moin. Ja. Ich mache Licht. Komm ich irgendwie zu dir hoch, oder? Nee. Guck doch mal zu mir hin. Nicht geh schwimmen. Kannst du nicht. Guck doch mal zu mir oben hin. Wir wissen, wie das aussieht. Normal. Ich gehe nach... Schade, ich dachte, ich tanze so richtig dumm. Guck mal, ich gehe ein bisschen schwimmen. In Scheiße. Und Bisse. Noch mal. Ah ja. Du musst hier, dass du im Ventil irgendwie kommen. Vielleicht so. Nein. Ich mache dir mal ein bisschen Disco hier. Das sieht nicht schön aus. Was? Ganz normal. Sieht aus, als es jetzt nur ein Anfall. Dieses Spiel, ey. Wo bist du? Ach, da bist du. Ja. Gib mir mal eine Zerschnampe. Bist du besoffen, oder was? Du siehst meine Antwort. Hier. Na komm. Taschendampe. Das ist so dumm. Aha. Okay, jetzt kriege ich hier mal durch. Ich weiß, wo du rauskommst. Ich warte schon mal. Weißt du was? Du kennst das Spiel nicht, sagtest du. Ich kenne das Spiel nicht, aber es ist der einzige Punkt, wo du rauskommen könntest. Das ist so dumm. Moin. Mensch. Tag auch. Auch hier. Ich könnte ja auch hier ausgehen. Nö, ich geh wieder. Alles klar. Hier kann ich leider nicht mehr durch. Schade. Ich wollte hier auf dich warten. Dann mach mal die Tür auf, damit wir weiterkommen. Nein. Ich geh einfach schon mal weiter. Das kriegst du allein nicht hin. Sicher. Du bist schwach. Das kann man einen bestimmten guten Remix schneiden. Hm. Kommst du jetzt ehrlich, machst du die Tür auf, bitte? Wir müssen irgendwie zusammenarbeiten. Nö. Auch wenn wir uns hassen. Sehe ich nicht ein. Ich komme alleine da durch. Es ist lockt. Es ist lockt. Irgendwann geht es schon auf. Plot twist. Die Tür, die Tür, bei dir muss man ziehen. Ja. Was, wenn wir dann gemeinsam da sind, dann ziehen wir die Tür. Das wäre so heftig. Es wäre passend. Es wäre so lustig. Hm. Okay. Sieht nicht schön aus. Oh, ich komme in ein paar Stunden wieder, ne? Ey. Was war das gerade? Keine Ahnung. Guckt man einmal. Was? Kann ich jetzt nochmal an die Tür? Ich weiß nicht. Sieht sexy aus. Ich gehe langsam aus dem Bild. Also ich stehe hier. Ja. Danke. Jetzt ziehen wir an die Tür. Geh hier. Willst du noch versuchen, das zu... Wir holen das noch mal hin. Nein, kriegst du nicht auf? Nein. Jetzt ziehe ich an die Tür. Wir werden noch ein paar Mal hin. Versetzt dagegen sterren müssen. Ja, wie ich gesagt habe, wir haben es nicht. Du bist nicht schade von Rats, sind Sie? Ich? Ich bin nicht schade. Es ist nur... Ich weiß nicht, was. Ich habe kein Licht. Ich glaube, ich laufe gegen eine Wand, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Y pagesn fick, wie es auf dem�é. Man von Säu, we'll bochen näher. Ich habe keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal.